einen wunderschönen guten tag vielen dank dass du eingeschaltet hast willkommen auf dem trader live kanal und heute stellt sich die frage ob traden mit kleinem konto möglich ist ja also unter kleines konto verstehe ich 500 bis 1000 euro wenn nicht sogar weniger und ich erzähle euch jetzt mal meine persönliche meinung wo ich jetzt angefangen habe da habe ich auch mit einem kleinen konto mal getradet ich glaube das hat jeder mal ihr müsst euch ja in die sache einfach mal einfinden und diese demo konnten mit denen konnte ich einfach nichts anfangen ja ich konnte das irgendwie psychisch gar nicht ernst nehmen deswegen habe ich lieber gleich echt geld getradet aber wirklich erst mal klein angefangen man muss sich an diese sache erst mal rantasten man muss lernen und ich persönlich finde man kann mit 500 und 1000 euro nur lernen ordentliches traden ist da kaum möglich vielleicht mit 1000 euro könnte man auch ein prozent traden ja das wären immer zehn euro pro risiko und 20 euro gewinn die chance kommt das immer darauf an damit könnte man auch ein bisschen arbeiten aber jetzt ja wegen der esma beschränkung ja wegen den hebeln ist das jetzt so gut wie gar nicht mehr möglich also da könnt ihr vielleicht eine sache handeln mit einer richtig kleinen position und nicht mehr in den märkten es sei denn ihr sucht euch den broker wie ich zum beispiel ein broker ohne esma ja zum beispiel als sie markets habe ich auch in der beschreibung verlinkt da könnt ihr noch mit dem großen hebel von 1 zu 500 handeln ja also das ist hier immer noch möglich aber dass ich jetzt nicht thema für heute also ich finde es ist schwierig erfolgreich zu werden mit dem kleinen konto ist es viel einfacher zu trainieren wenn ihr ein großes konto habt ja es ist viel einfacher damit zu trainieren da habt ihr nur vorteile ja ihr höhere gewinne natürlich sind die verluste auch höher ja aber mit einem gesunden risikomanagement habt ihr einfach auf dauer ich gute gewinne im gegensatz zu verlusten und könnt so euer konto richtig hoch skalieren das mit einem kleinen konto kaum möglich da müsstet ihr theoretisch zocken um da jetzt 10.000 euro zu haben also ihr könnt jetzt nicht verlangen wenn ihr 500 euro einzahlt dass ihr die 500 euro an einem tag verdoppelt also das ist kaum möglich selbst in einem monat ist es kaum möglich also ist auf jeden fall ziemlich schwierig wenn ihr ein gesundes risikomanagement fährt ja natürlich könnt ihr auch zocken ihr könnt 500 euro einzahlen und dann habt ihr glück auf einmal habt ihr 5000 euro ja wenn ihr einen super trade langfristig gemacht habt dann habt ihr vielleicht mal glück gehabt aber dann wird euch wieder die realität irgendwann mal einholen und dann ist auch wieder der ganze gewinn mal wieder weg ja wenn ihr nicht ordentlich traded und kein risikomanagement habt also ich persönlich ich würde es euch nicht empfehlen mit so kleinen konten zu traden ich persönlich ich habe es auch gemacht am anfang ja aber irgendwann merkt man das sicherlich okay ihr kommt nicht weiter ihr dreht euch im kreis ja ihr sitzt acht stunden vor dem pc und macht dann am ende des tages nur 20 euro gewinn da könnt ihr auch lieber irgendwo an der kasse arbeiten als aushilfe und würdet mehr geld bekommen anstatt acht stunden vor dem pc zu sitzen oder noch mehr um die märkte zu analysieren trading ist auch nicht einfach die meisten leute denken ja man sitzt nur vor dem pc und steigt ein steigt aus es hört sich einfach an aber ist es nicht ja man muss die märkte analysieren man muss knallhart sein die psyche muss mitspielen alle faktoren und die könnt ihr sicherlich mit einem kleinen konto mal traden ich meine ausprobieren könnt ihr allgemein mit dem kleinen konto üben 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 aber wenn ihr richtig erfolgreich sein wollt dann müsst ihr schon ein bisschen was haben ja also ich sage minimum 5000 euro am besten natürlich immer mehr aber mit 5000 euro kann man auf jeden fall die ein prozent regel besser anwenden sind dann immer 50 euro risiko 100 euro gewinn ich glaube damit lässt sich gut arbeiten nehmen wir an ihr macht nur ein win trade am tag erst 100 euro ja schon ordentlich was natürlich geht steuer und so weiter alles davon noch mal ab müsst ihr auch alle später ein berechnen aber sag ich mal für den anfang nebenberuflich geht es voll in ordnung also das ist meine meinung zu dem thema wie gesagt lieber nicht traden sondern üben mit kleinen konten wirklich üben 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 am besten gleich demo konto und eben auf das geld sparen und diesbezüglich kommen wir auf jeden fall im nächsten video dazu vielen dank dass du eingeschaltet hast bis später